so leute herzlich willkommen zu einem neuen wie die training video bisschen trainieren aber gerade läuft echt scheiße also muss wieder reinkommen deutschland ja wird diese gut ich hatte alles nur erster gang power wheelie bremsen für euch nicht ich habe zwar den fuß auf der bremse aber bremse braucht man eigentlich erst ziemlich spät du spaß ich will mal wieder an den kipppunkt kommen was macht das da was macht das da ah das war nicht gut ich kann es in die richtung nicht man so so das so 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 Das muss ich aufnehmen, das muss ich aufnehmen. Oh, heftig, Kupplungsschleiferlasser, darf nicht schräg werden. Oh, heftig, Kupplungsschleiferlasser, darf nicht schräg werden. Oh, heftig, Kupplungsschleiferlasser. So, Akku leer, ich hoffe auch, das ist wenigstens ein bisschen interessant für euch, weil... Ich mach ja nur Willis. Ich muss halt Schalten noch üben, aber das ist echt nicht so einfach. Das war Bremse. Aber wird, es ist doch noch nicht so hoch, wie ich denke, also da muss schon noch was. Oh, heftig. das war knapp alter das war knapp alter das war knapp alter Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss schalten, aber ich pack's nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.